Ja, Freunde und Damen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wrong World. Und jo, unser Freund hier hat ein bisschen Hunger und schaut euch diese wunderbare Aussicht an. Das frohlockt uns doch richtig nice. Holen wir uns jetzt einfach mal aus unserer Kiste hier was zu essen raus. Nein, was zu essen sollst du dir holen. Und zwar, ja, so ein paar Äpfel hier und so ein Zeug hier. Und können wir das nämlich jetzt ganz gemütlich hier wegessen. So, jetzt, du sollst was essen. Flappel eaten. Zack, zack, okay, gut, wir brauchen Fleisch, Freunde, wir brauchen Fleisch. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir in der Folge mal versuchen, irgendwie was zu schaffen, oder? Und zwar brauchen wir mal einen Cooking Pot. Wir brauchen fünf Wood, einen Copper Bar. Moment mal, haben wir keinen Copper Bar mehr? Ich dachte, wir haben noch eins. Nö, wir haben, aber Moment mal, mit drei kann ich nicht, ach ne, ich brauche, ah, okay, one moment. Moment, ich glaube, ich brauche mehr. Okay, ich brauche, ich brauche mehr Ore. Das bedeutet, Freunde, wir werden uns jetzt mal mitten in der Nachttür auf den Weg machen. Und mal irgendwas verdammt cooles einsammeln, würde ich mal meinen. Und zwar gibt es hier oben keinen Stein, aber da unten ist eine Wüstenregion. Da gibt es immens viele Steine, Freunde. Wir holen wir uns jetzt einfach mal. Pickaxe. Wir sind vollständig ausgerüstet. Oh, heilige Mutter Maria, guckt euch. Die Füße. Jetzt hackt man. Hackt, bis du Blut ist. Warum kann ich den nicht weghacken? Ich habe keine Ahnung. Hackt mal das weg. Los. Hackt. Springt, hackt. Da ist Gold. Aber ich brauche Copper. Ich brauche Copper. Ich habe auch keine Ahnung, ob man das irgendwo anders einsammeln kann. Wenn ihr das wisst, Freunde, dann haut mir das mal in die Kommentare. Gut, gut, wieder Gold. Ich meine, Gold ist ja schön. Gold ist auch in Ordnung. Haut bitte ab, ne? Haut bitte ab. Ich möchte... Ich will doch nur verdammt nochmal Steine hacken. Was ist denn los mit euch? Hackt, 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 hackt. Oh wow, ich habe ein Ori gefunden. Super, da war es nur noch einer. Aber ich farm jetzt hier einfach mal till the end das ganze Zeug, Freunde. Ich farm das jetzt wirklich einfach mal zusammen. Meine Fresse. Hau ab. Leave me alone. Leave me fucking alone. Mach ich dich kaputt. Schießt ihr mit Äpfeln oder ist das eine Kacke? Die Sonne. Oh, ein Pilz im Stein? Willst du mich verarschen, Mann? Der Typ. Wie der guckt, ey. So behindert. Oh, guck mal unsere niedlichen Fußstapfen hier, die wir hier hinterlassen. Ist schon cool, das Spiel. Vor allem was gut ist. Ich habe mir den richtigen Platz ausgesucht in da oben. Man sieht halt einfach, dass es der Hügel ist, bei dem ich lebe. Weil der so raussticht. Oh, Kacke. Was ist das denn? Geh kaputt. Vielleicht droppst du irgendwas, du blöder Stein. Oh ja, ein Ohr hat er getroppt. Ein Ohre. Ein Ohre. 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 Hallo. Ich will das einsammeln, Mann. Was ist denn mit dir? Ich will das einsammeln. Ey, sammelst du das jetzt mal ein? Und die Kohle auch, blöder Hund. Oh ey, hau ab. Hau ab. Hau ab. Leave me alone. Dankeschön. Gib mir all dein Holz. Ich und mein Holz. Holz, 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 Holz. Ha, Holz, 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 Holz. Ich und mein Holz. Holz, 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 Holz. So, den bekämpfe ich jetzt. Ich brauche nämlich Leder und ich brauche Fleisch. Ja, geh kaputt. Vielleicht kannst du auch nicht schwimmen. Würde ich... Wow, 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 wow. Hallo? Wo, wo, wo sind die Sachen? Äh. Okay, gut. Übrigens, der macht den Mund immer so nett auf, wenn er hier irgendwas zusammenhackt. Oh nein, nicht ins Wasser. Okay, gut. Memo an mich. Im Wasser verschwinden die Sachen. Kuppel, komm her. Komm her. Komm her. Alter. Chill. Deinen Nüppel. Ich habe Hunger. Wobei aus dir Bohnenstange ja sowieso nicht viel rausgeht. Aber hey. Ich verurteile das. Alter, ey. Verreckst du dann auch mal? Oder hast du keine Lust? Leder. Gold. Der hat Gold dabei. Hat der Gold gegessen oder wie? Was ist denn das überhaupt? Och, oh man. Das ist viel zu nett. Oh, oh. Das läuft weg. Oh mein Gott. Ich bin gemein. Aber, aber ich habe Hunger. Ich glaube, du gibst ein saftiges Steak ab, oder? Das ist Tierquälerei, was ich hier mache. Kann der nicht einfach drauf gehen? Hallo. Dankeschön. Oh ja, da gibt es sogar zwei Fleisch. Das ist gut. Okay. Hackt man ja doch das Holz ein bisschen weg. Nein. Hau ab. Geh kaputt. Leave me alone und geh kaputt. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Mysterious Cop. Alter. Nein. Ab ins Wasser mit dir. Ab ins Wasser, habe ich gesagt. Oh, what the fuck is das? Was ist das? Was ist das? Oh, oh. Da ist eine Karotte drin und Kartoffeln. Verdammt nochmal. Mist. Ich brauche ich... Ah, ich brauche ein größeres Inventar, ey. Das ist ja nicht mehr normal, was ich hier alles aufsammle und finde. Die Kartoffel, die sollte ich vielleicht schon mitnehmen. Gut, tun wir mal die Schaufel weg. Die hole ich mir nachher einfach wieder, Leute. Wir müssen jetzt mal hier was machen. Wir müssen mal was schaffen. Ich will mir jetzt mal eine Maske bauen und wenigstens mal irgendwie eine Waffe und vielleicht noch ein paar Einrichtungsgegenstände, die zu bauen, sich wirklich lohnen. Ich frage mich auch, ob man fischen kann. Vielleicht kann man irgendwie fischen. Bin ich gespannt. Der Typ, der sieht auch auf jeden Fall richtig nice aus. Nein, nein. Schnauze, Schnauze. Dein Zahn ist irgendwie locker. Oh, Popper. Das ist gut. Und Kohle. Kohle ist auch immer gut. Kann man immer brauchen. Die Sonne geht auf jeden Fall unter. Das ist richtig geil. Ich war zwei Tage unterwegs. Und ich habe eigentlich nur immer kein Dach über dem Kopf. Ich weiß ja nicht, ob man sich ein Dach über dem Kopf machen kann. Kleiner Hoden, Kobalt, springen. Okay, machen wir uns mal eine Kopperbar. Ja, los, kleiner Mann. Baut das Ding zusammen. So, okay, gut. Alles klar. Dann packen wir ja erstmal so ein paar Sachen hier ins Inventar rein. Da können wir dann noch ein paar andere Sachen machen. Das tue ich jetzt auch mal hier rein. Das ebenfalls das Leder behalten wir. Den Sied pflanze ich noch an. Das Ding ist komisch. Das muss ich auch alles anpflanzen. Und das Ding sollten wir dann vielleicht mal eventuell mal grillen. Weil es ist ja nicht so, als hätte man sich ein bisschen Hunger. Ja, hau dir das rein. Alter, ey, wie viel, wie viel, wie viel isst denn du eigentlich, ey? Ganz ehrlich. Okay, gut. Upgrading Campfire. Ach, ich grade das direkt ab. Das ist nicht nur so ein, so ein, weiß ich nicht, irgendwas zum Kochen, sondern grade das ab. Oh, oh. Okay, new crafting recipes unlocked. Gucken wir mal. Flappel Pie. Crud Cake, Veggie Smoothie, Cooked Meat, Meat Shake. To me, to ice. Ein Meat Shake? Ein Fleisch Shake? One Ice Cooking Pot. Cooking Pot. Flappel Cooking Pot. Mushroom Soup. Okay. Habe ich nicht genug? Doch, hier, ich kann mir eine... Ich mache mir jetzt eine Pilzsuppe, Leute. Eine richtig nice Pilzsuppe. Lass dich bloß in Ruhe, du Idiot. Mmmh, lecker Schmecker. Oh, okay, ich kann mir die Maske machen. Dann sehen wir vielleicht nicht mehr so süß aus. Ist das geil. Okay, machen wir uns gleich die Waffe auch noch. Wooden Staff. Wie schaut der denn aus? Ah, okay. Guckt euch das an. Das probieren wir gleich mal. Komm mal her, Kumpel. Zack, 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 zack. Bam, bam. BUSCHER BOMM. Wow, nice, okay. Jetzt sind wir richtig krass ausgerüstet, Freunde. Ich bin gespannt, was wir da noch alles so machen können. So, was haben wir denn noch? Ähm, das brauche ich gerade nicht. Ich brauche hier irgendwas. Two Iron Bar. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Iron Ore. Okay, weil ich habe eigentlich genug. Aber für zwei wird es trotzdem nicht reichen. Zumindest können wir hier schon mal was machen. Ah, okay, Glas kann ich mir natürlich auch noch machen. Ähm, dann machen wir uns das Gleiche noch für Gold. Machen wir uns hier noch so einen Goldbarren. Dinge hier mal ein bisschen weiterverwerten. Ist nie schlecht. Oh, mein kleiner Wald. Das ist aber toll. Okay, wir pflanzen jetzt hier noch so ein paar Sachen. Harvest Cop. Not ready yet. Okay, wir pflanzen einfach mal noch so ein paar Sachen. Ich brauche jetzt bloß noch hier... Äh... Eine Stauschaufel. Die andere habe ich ja irgendwo da unten liegen lassen. So. Dann heben wir hier jetzt einfach noch mal ein bisschen was aus. Und graben hier noch mal so ein paar Sachen ein. Okay, ich habe ansonsten nichts mehr. Die Dinge kann man nicht nehmen. Die Kartoffel dann scheinbar auch nicht. So, dann will ich die Werkbank noch mal upgraden. Das bedeutet, wir brauchen Copa Ore. Und wir werden uns Copa Ore auf jeden Fall besorgen. Und zwar von den Typen da hinten. Mit meiner Waffe hier. Achso, Moment mal. Oh, die kann man schlachten. Nein, nein, nein. Nicht runterfallen. Nirgends runterfallen. Oh, kacke. Ist das die Mutter mit ihrem Beben? Nein, 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 nein. Gut, ich merke schon. Ich habe da keine Chance, ne? Gut, bin ich runtergefallen. Super. Oh, hier. Eine Herzblume. Wow, was ist das? Da hinten ist irgendwas im Wasser. Kann ich da hin? Ist das vielleicht sogar interessant? Ich guck mal. Ich guck mal, was das ist. Okay. Sieht so aus, es wäre hier irgendwas verloren gegangen. Okay, das sind lauter Sachen, die ich eigentlich grundsätzlich... Alter, was ist das? Alter, was ist das? Meine Fresse, was ist das? Oh Gott, ich will doch nur dahinter. Na los, komm schon. Oh Gott. Ist irgendein Tintenfisch. Ich will da aufs Schiff. Ich will da aufs Schiff. Vielleicht ist da irgendwas Gutes. Okay, da ist definitiv was Cooles. Au. 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 Nein. Nein, 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 nein. Nein, ich muss von neu anfangen. Oh. Mein. Verdammter Scheiß. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, spiele ich offscreen ein bisschen und dann sehen wir uns, was jetzt ein bisschen länger dauern wird in der nächsten Folge und ich gucke mal, dass ich hier ein paar Sachen erreiche. Oder Jürgen? Ja, Freunde, nee, das war es mit einer Folge von Wrong World. Ich wusste nicht, dass wenn man stirbt, dass man dann komplett tot ist und ich wollte unbedingt zu dem Boot. Lasst mich wissen, ob ihr noch ein paar Folgen sehen wollt, dann fange ich auf jeden Fall nochmal offscreen an und nehme das dann natürlich erst wieder dann auf, wenn ich auch wieder ungefähr das erreicht habe, was ich bisher erreicht habe. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Haut rein. Ciao.